warte ich kling mich ein ich bin gleich wieder da willst du nicht mit hören oder soll ich warten ich habe kopfhörer auf ich höre das okay alles gut aber ich bin gleich wieder wie seid ihr dazu gekommen blutkrieg zu kämpfen ok was ist nach euren experten was macht die beste methode einen teufel zu töten eigentlich ist die ziemlich cool jetzt wo ich drüber nachdenke ich hätte sie tatsächlich auch ganz gern gespielt ich dachte nicht dass ihr mal hier endet und ihr ich hätte auch lieber einen origin character genommen ich möchte überlegen die sind echt cool es ist so viel geschehen ich kann mich kaum noch an das leben vor der entführung erinnern ich bin ein bisschen für carla ich bin ein bisschen für carla nur noch und nun ist jetzt nicht im dings drin was diese paladine angeht die wir jagen sollen ja gehen wir geradeaus dorthin was diese wichser auch im schilde führen ist es nichts gutes ich möchte übrigens kurz anmerken dass hier keine echten paladine sind lakaien der erzteufeln die sich als paladine von tür verkleiden teufel kennen keine ehre soll jetzt mit will auch noch reden ich würd gern mit will reden i guess obwohl kannst du eigentlich auch an ich will ihn ja nicht romancen ich auch nicht hast du dein auge auf jemanden geworfen oder er ohne eigentlich nicht warum kann ich gerade mit dem hund reden weil du den krank drin hast stimmt ja klar wir haben ja noch nicht geschlafen ja jetzt sind wir aber in drei dialogen ja wir müssen ja eh auf nolan warten dann kann er mir gerade noch zuhören wie ich den hund tröste und dann kommen wir zu dir ich hab durst ich hab nichts zu trinken ich hab mir glaube ich gerade meins machst du mir auch was ich wollte meins nur holen machst du mir doch ok ok das war übelst laut nein hast du nicht höre zu höre zu bei wem bei will ja lena hat den hund angequatscht ich hör bei will zu ja die macht gerade noch was zu trinken und sonst so bist du öfters hier ja doch 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 ich bin so erstaunlich dass man bis jetzt nur zwei fragen konnte was von raphael halten naja die waren ja anscheinend irgendwie mit dabei ich verstehe halt ich weiß nicht ob ich Fan davon bin oder nicht dass die so also dass sie halt die die story dinger mitbekommen aber sonst nicht dabei sind ja das ist irgendwie ein bisschen strange das ist ja jetzt ein bisschen schade dass man wirklich jeden dann bitten aber gut in divinity wusste man das ja auch ne ja aber da war ja wenigstens da warst du halt gut da warst du halt angehalten mehrere durchgänge zu machen um halt wirklich von jedem einzelnen die origin geschichte mitzukriegen hallo und hier ist halt so du musst sie nicht mal dabei haben also karlach haben wir ja auch jetzt mitnehmen können ohne dass will dabei gewesen ist ja ja gut aber seine story ist ja dadurch nicht voran oder werden wir ja gleich sehen wieder da bb bb so hast du gerade beim dogo mit zu nein ich bin bei wild mit zu ok ich bin jetzt raus aus dem dogo kann ich nicht achso doch ja gut stimmt weg hin kann ich nicht geht nicht aber fragen mich doch mal was er von rafael haltet verhaltet haltet wie viel erzählt er ihn denn Was denn äh 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 Okay, richtig Dieb, der Boy. Mit dem richtigen Lehrer vielleicht? Was haltet ihr von dem Teufel? Ja komm, nimm mir die Eins, da, doch. Ich kann ihn doch einfach töten, danach. Keine Sorge, ich hab kein Interesse an dem Pack mit dem Teufel. Das ist, weil du immer Hoffnung hast. Aber wenn er deine letzte Hoffnung wird, er erinnert das. Er braucht von dir nur, was du am besten bereit bist, mit dem du noch bereit bist. Und dann braucht es noch mehr. Du könntest denken, du hast alles für eine Kür. Aber der Teufel wird nicht einfach alles nehmen. Er wird alles nehmen. Ich find krass, wenn ich mich einfach ansprechen kann. So, Carla ist doch hier, guck doch mal. Ja, wundert mich auch grad ein bisschen. Aber du hast auch noch die ganzen Auswahlmöglichkeiten, mit denen ich schon gesprochen habe. Sollten die nicht bei dir eigentlich aufwechseln? Keine Ordnung. Wie kommt es, dass die Klinge... Nee, die Beziehung mit dem Charakter müssen wir ja selber aufbauen. Stimmt, ja. Ich muss hier eigentlich technisch mit dir selber reden, ne? Das ist doch das, was wir hatten, ne? Ja. Lena hat ja mit ihm alles durchgegangen, als wir ihn bekommen haben. Das kennen wir ja alles schon. Ja. Ja, das kennen wir auch schon. Das hatten wir auch alles schon, ne? Ja. Packt ihr aber euer Auge verloren? Das kennen wir aber auch schon. Tschüss. Komm mit meiner Gruppe. Als auch jetzt nicht mit der Gruppe. Als ob wir jetzt nicht mit ihm über die... Hä? Hä? Ja, anscheinend ist das jetzt einfach... Guck nochmal, weil ich mit ihr gesprochen habe. Aber ne, du hattest doch auch mit Kalach gesprochen. Ja, ich hab mit ihr gesprochen. Komm, meine WhatsApp-Gruppe. So, alles. Hm. Ja, dann... Was sagt denn, was sagt denn der Quest-Dingen? Warte mal. Äh, wie hieß die Quest von ihm nochmal? Das ist der Magier von Tiefenwasser. Nee, das ist der... Nee, das ist der... Ehe Klinge der Grenzen. Entschuldigung. Karl hat sich der Gruppe angeschossen. Reise mit Will und Karl nach weiter. Doch, Will hat sich noch nicht zur Rede gestellt. Dieses rüdische Friede kann nicht lange wehren. Das heißt, dass wir einfach warten. Okay, ja wahrscheinlich werden wir halt mal schlafen oder so. Wahrscheinlich. Gehen wir von aus. Da ist er. Wollen wir mal schlafen oder was? Nee, ich dachte wir wollen jetzt weiter. Nee, wir wollen weitergehen, ne? Schlafen können wir später. Ich will kurz mit Scratch reden. Scratch? Okay, ich höre dir zu. Tut mir leid, was mit deinem Meister passiert ist. Master? Friend. I stayed with him until... Until I knew he was gone. I'll never forget him. But I'm glad to have met you. Oh. Will ich den nicht mitnehmen? Den streich. Den nehme ich lieber nicht mit, sonst schüppte er irgendwann im Kampf. Wie die Katze damals bei Levin-Nercie. Wie das blöde Eichhörnchen und die Katze, ey. Sir, wie hieß der noch, Sir, Sir? Oh Gott, ja. Ich weiß es nicht mehr. Aloha, ne? Ja. Ja. Na gut, dann können wir ja wieder gehen. Jo. Lager verlassen. Hallo, Karlach. Aber noch beide kurzen Rasten. Hey, warum... Ach so, lol. Ach so, stimmt. Wir sollten Karlach mitnehmen, lol. Ach so, der verbrachte mich jetzt aber nicht, oder? Äh, nö. I guess ich muss zurück, warte. Machst du das? Geht das denn? Ja, wir haben keinen Satz. Ach, dann, dann muss ich Shadowheart erst sagen, bis sie hier dritten wird. Ja, aber ich kann mit der nicht reden. Mit Shadowheart, die sagt die ganze Zeit, warte. Ich kann mit der nicht reden. Äh... Wir sollten jetzt getrennte Wege gehen. Ich suche euch hier, wenn ich euch wieder brauche. Ach, doch nicht. Ne, bestimmt. Was? Sure, I'll be here when I... When you rediscover your taste for company. Scheiße, ja. Ich mag die voll. Los, brechen wir auf. Scheiße, ja. Wieso habe ich ihr Artefakt bekommen? Welche? Wie bitte, was? Ich habe ihr Artefakt bekommen, gerade damit. Ja, weil sie sie im Inventar hat. Du kriegst alles, was sie im Inventar hat. Ach, okay. Artefakt aus geschwärztem Eisen mit zahlischer Oberfläche und einfach eingravierten Ruinen. Er ruhen, Entschuldigung. Etwas regt sich darin. Kannst benutzen. Es vibriert wahrscheinlich. Magst du es benutzen, wenn du wieder bei mir bist, damit ich es auch mitbekomme? Okay. Danke. Müsstest du jetzt noch leveln, ne? Die wurden mir gerade zugeteilt. Was... Soll ich dir... Was ist denn? Bah, 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 sinnig. Okay, aktuell nix. Weil ich eh nix machen kann. Du verdreit's? Ich warte hier einfach. Berserker? Berserker? Ja, ich denke, sie wär am ehesten Berserker. Oder Wild Magic, aber das bin ich halt schon. Ja, du nehm ich doch von Berserkers. Berserkers mit zwei Enden oder was? Nö. Ist nur noch wütender. Oho. Einfach noch wütender. Ist halt anstatt normalem Rage-Effekt geht dir ne Frenzy, ja. Gewalt ist sowohl mittler als auch zweck. Du folgst dem blutigsten Pfad und ungezügelten Rage. Und genießt ohne Rücksicht auf dein Wohlgehen das Chaos. Der schlankt. Ja, mach dir mal ne. Was denn? Ist alles gut. So, jetzt ist die Level 3. Gut. Du, die hat auch 32 Leben, so wie du. Passt. Aber die hat jetzt ja gar keine Sachen an, oder? Doch, ne Aktion. Versuch. Ah, sieht man gar nicht. Kommt ihr jetzt irgendwie mal wieder, oder? Ja, bleibt doch mal ruhig. Musst ihr doch noch leveln. I'm your lonely. Und Lena wollte das Vibrator-Ding noch benutzen, wenn sie wieder hier ist. Aua. Was soll das? Ja, wenn ihr meint, dass ich das soll. Soll ich? Jetzt hört doch mal auf. Uff. Ja, das war ich. Sorry. Willst du das Ding benutzen? Was sieht denn da was? Oh, sie haben einen Dialog. Jo, ich hab einen. Ja, ich hör zu. Oh Gott. Ne, untersuchen's. Du hast Minus 1 Intelligenz. Ah, genau. Oh, easy. Nett von dir. No openings you can see. And you sense something inside it. Oh, ich werd's nicht aufbrechen. Ne, dann... Oh, ist wieder zurück. Wow. Wenn wir jetzt noch durchziehen müssen, Lena. Ne, ich will's mir nicht so sehr verkacken mit Shadowheart. Wer weiß. Vielleicht ist das... die Fernbedienung für etwas, ähm, ja. Bestimmt. Ja, alles ist ein Dildo, wenn du mutig genug bist, aber das Ding sieht echt unschön aus. Ziel ist nicht erreichbar. Ziel ist nicht erreichbar. Dann ruf's auf später nochmal an. Wir haben da ne Tür, wir haben ne Leiter hoch und... Ach so, willst du die steuern? Noch? Oder weil sie die zwei Barbaren steuern? Auf geht's! Doppelbaba! Bock drauf jetzt. Kannst du mit deiner komischen Tosse da... Baba-ra-ba-ra-ba-ra. Baba-ra-ba-ra. Ja. Welche Tür nehmen wir denn? Ich würde nur klauen da hinten. Können auch ganz nach oben gehen, ne? Okay. Leon hat sich gerade bei mir teleportiert. Nice. Oder ich würd sagen, du guckst da ganz oben rein und ich stürm mit Karlach in die Front-Door. Ja, ich kann auch einfach hier oben gucken. Ja, bleibt da. Könnt ihr da unten bleiben. Da ist ein Buch. Hier ist eine Leelenmünze. Ah. Was ist das da, das da? Voller Pakt. Warte mal kurz. Das liegt hinter dem Fass. Ja, ich schleiche hin zum Lesen. Aber langsam. Hier ist auch noch eine Tür hier oben. Das ist ein Theaterstück. Das ist jetzt... Oder ist das... Ne, das ist doch. Das ist auch noch eine Tür, ne? Ja, ja. Ich geh mal nach ganz oben. Hä? Wieso nach ganz oben? Der Kampf findet doch drinnen statt. Ja, aber hier ist noch... Ich dachte man könnte das hier vielleicht aufmachen, dieses Fenster da. Aber es geht scheinbar tatsächlich nicht. Auf einmal weg. Langsam zurückschmeißen. Die Wegfindung ist schon geil. So, davon... Da sind... Sind in dem Vorraum hier auch schon Gegner? Ich glaube tatsächlich nicht. Oh, oh. Oh, 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 oh. Das war knapp. Ja, das war echt. Oh doch. Warte mal noch nie. Bist du schon im Kampf? Ne, warte mal, warte mal. Mich nicht angreifen. Hä? Wo bist du jetzt drin, Lena? Im Vorraum oder was? Den sehen wir nicht. Ja, da kommt einer, da kommt er. Die bewegt sich... ...nach oben? Ne, nach unten. Also hier sind zwei drin. Drei drin. Zwei. Und du bist ganz unten oder wo bist du? Irgendwie im Vorraum, den wir nicht sehen können. Ach, den anderen raus. Ja, hier ist eine Händlerin, die sich absolut kein bisschen für mich juckt. Ja, wollen wir einfach die hier angreifen, dann? Kann man jetzt mit denen reden? Kann man mit denen reden? Die sind nicht rot. Ich mach dann drei Sekunden die Tür auf. Die sind nicht rot, ne? Die sind nicht rot, ne? Dann mach ich die Tür auf. Dann mach ich die Tür auf. Stimmt, wir können erst mal mit dem Paladin reden. Oder wollt ihr? Weil ich Karlach im Schlepptau hab. Und die wahrscheinlich gleich sagt, Schädel einschlagen. Dann quatschen wir den, oder? Ja, ich geh mal grad runter. Moin Anders! Bist du anders drauf heute, oder was? Oh, die wissen, dass wir mit der Teufel im Bunde sind. Äh, das ist irgendwo cool. Erfolgreich Heimlichkeit? Ja, ich bin grad in Stealth gegangen. Neben denen. Äh. Komm, habt ihr eins? Ne. Okay. Kommt drauf an. Hat sie recht und ihr seid, was sie sagt. Alter Leon. Nein. Entschuldigung, ich bin im Dialog drin. Hasi, du hast auch schon mitbekommen, dass ich auch ein Tiefling bin, ne? Also ich wollte mal fragen. Das ist jetzt so, als wir sie vor der absoluten... Sagen wir mal, ich glaube euch. Was dann? Können wir den einfach aufs Maul hauen? Ja. Weil sie recht hatte. Okay. Ja, ja. Die Jungen hat entweder eine Initiative-Rolle, Alter, ist ja der Mage des Jahrtausends. Alles klar. Moin. Oh, hi. Geht. Ach, der eine Flüchtling kann ich da wieder aufheben. Im Nebenraum. Ja. Was? Lol. Okay, er dodtchen einfach zwei Dolchen. Er dodtchen einfach den Dolchen nochmal. Er ist einfach der krasse Ficker. So, was kann ich heute? Was kann ich heute? Dunkle, was? Dunkle Tentakel? Lena? Oh, yes. Hast du das gerade gemacht? Ja, das hat Lena gemacht. Type Magic, dunkle Tentakeln. Umgeben von Schatten-Tentakeln aus wilder Magie. 1D12, temporäre Trefferpunkte erhalten. Ich habe einfach schon neun Schaden gefressen. Ne, elf Schaden gefressen. Heilige Scheiße. Da ist ne verzierte Holzluge, Lena. Ach so, Reaktionen war das. Das sind so extra Perks, ja, Reaktionen, genau. Oh. Lol. Nun, da passiert wohl nicht mehr viel. Der hat 41 Leben. Ach, du heilige Scheiße. Hey, ich kann nicht mal den Zug beenden von Kada. Vor allem hat er gerade echt übelst viel gedodged, ne? Was ist denn diese Aura des Schutzes? Kommt die von ihm? Deswegen trifft man den nicht. Okay. Von wem kommt die? Die kommt von ihm, ne? Ja, die kommt von ihm. Der ist Pod. Die. Der ist auf jeden Fall Pod. Also, warum zooms er denn immer ständig nach oben? Das kann man da ausstellen, tatsächlich. Wow. Lol. Der ist Level 5. Der ist Level 5, aber wir haben keine Dinges bekommen, oder? Keine Warnung, das ist ein... Ne, vielleicht geht man den nicht nochmal. Er hat einfach gewonnen bangt. Da, bock. Gewonnen bangt. Haben wir vorher gespeichert? Ne, ne? Kampfer, vor Kampfer gespeichert er immer. Automatisch. Ah, Ritt. That's nice. Wovon hast du jetzt eigentlich auch plus 6 bekommen, Lena? Hat sie doch gesagt, sie hat 1 D12 Schild bekommen von den Tentakel. Ich hab den ein bisschen... Achso. Der hat einen 6 geholt. Carla, könntest du mal einen guten Roll auf deine Freiheit machen? So einen Rittungswurf? Das wäre der Shit. Bevor dich eine Kack-Händlerin umnietet. Puh. Echt gut. Alter. The fuck is going on with the dude? Holy shit. What the fuck? Jetzt kommt die, jetzt kommt die. Ihr habt mich ein bisschen alleingelassen hier oben. Die kommt, äh, die schleicht sich grad an dich ran. Ah, mein Rettungswurf ist erfolgreich, ne? Steh ich jetzt auf, oder wie? Ne, einen, einen fehlt noch. Ne, einen brauchst du noch. Drei sind das, ja. Wie der Weg ist unterbrochen. Dann geh ich halt einmal da hin. Pong, pong, pong. Pong, pong. Warte, hat das sich grad Lay on Hands? Ja. Hat das sich Lay on Hands? Oh Gott, jetzt kannst du ja noch Spiegelbilder. Oh mein Gott. Äh. Lol. Alter, die KI ist gar nicht dumm, ne? Ne. Not gonna lie. Das ist schlecht. Äh, was? Was ist denn jetzt? Bin ich jetzt aufgestanden wieder? Du hebst mich grad auf. Ja, das war meine Hauptaktion. Oh, fuck. Ich dachte, ich bin doch jetzt eh wieder direkt tot, weil er ist doch nochmal dran nach dir. Ne, das ist Karlach. Doch, der Anders ist gleich nochmal. Ich bin tot, oder? Bin ich vor ihm dran. Ne, bin ich nicht. Ich bin jetzt tot wieder. Alter. Und dann kann der auch noch angreifen. Wow. Damn. Okay. Ach, Karlach. Ich wollte ja nur mal sagen, dass der Anders schon längst tot wäre. Hätte ich am Anfang getroffen. Ich hab dem auch nicht schlecht Damage gemacht. Oh. Ja, ich sollte aber vielleicht nicht runtergehen. Ich hätte oben stehen bleiben sollen. Und dann noch schießen mit einem Bogen. Oh, ich hab ja einen ziemlich heftigen Nachteil. Und auf sie auch. Ach, du heilige Scheiße. Ja, weil jemand direkt bei dir steht. Ja. Sonst mach halt deine Aktion mit Rückzug und... Lauf. Wollen keinen Sinn laufen. Achso, ich muss erst mal mich buffen und dann laufen, oder was? Ja, wenn du Rückzug nicht an hast, dann kann der dich gelegenheitsangreifen. Ja. Und dann wird er dich wahrscheinlich eh one-shotten. Ihr kriegt mich ja so, oder so. Ich komm mal gar nicht weit genug weg. Ja, vielleicht schon. Naja, das könnte er auch laufen. Ich sag jetzt, ob du die überhaupt noch totkriegst. Warum hast du eigentlich 250 Heiltränke? Shit. Oh, der hat doch kein Autosave gemacht vor dem Fight. Ja. Ja. Wann hat er das gemacht? Ja, wahrscheinlich war wir mit dem Gespräch vorher, aber keine Ahnung. Keine Ahnung, ja. Ja gut. Oh, bitte sag mir, wann hat er das letzte Mal dann gespeichert. Unser allererstes Game Over. Unser zweites. Technically. Ja, wir haben jetzt in dem Lager gerade schon mit dem Lager gerade schon mit allen geredet. Bitte. Dann wäre unsere einzige Möglichkeit, bevor wir das machen, noch heils hinretten zu gehen. Ne, wir schärfen den ja schon. Der ist halt auch zwei Level über uns. Aber wir hatten halt gerade schon wieder übelst Pech, ne? Carla war den ganzen Kampf über nicht da. Literally. Die war gestunt und dann tot. Ich glaub, während ihr die Konversation geführt hättet... Ach doch, wir haben sie schon dabei, oder? Nein, haben wir nicht. Nein. Haben wir jetzt hier schon mit allen geredet? Ich geh zu Shadowheart und werd zu Hause. Ich geh zu Astarion. Need something? Mit Astarion hab ich geredet. Ja, mit Carla auch. Okay. Ja, ich auch. Ich muss ihr nur noch sagen, dass wir... Dann hab ich, glaub ich, nur mit Ding. Dann war das gerade vor Will, oder? Ja. Ja, Lena, pack du schon mal Carla rein. Ja, ich gleich speichere dann gleich. Lena? Ja, ich muss gerade noch mit dem Hund reden, weil das war weg. Oder mach ich sie mehr zu einem Tank? Aber das passt zu ihr nicht. Es geht nicht darum, was zu ihr passt. Es geht darum, was wir brauchen. Hi, Sini, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Na du. Der Hund macht einfach mal Bergsteiger. Und dann lass trotzdem auch mal voll heilen, oder ich benutze mal hier so eine... Sag dir jetzt auch mal Hallo zu Sini, bitte. Sag mal Hallo. Mein Gott. Nicht so schlecht und selbst klinge ich so gut. Mir geht's aber ganz gut. Dankeschön. Ich schnuff puffs. Schnuff puffs. Schnuff puffs. Oh. Puff schnuffs. Ich muss jetzt in den nächsten zwei Wochen nur noch meine letzte Ausarbeitung schreiben. Ich immer noch sehr prokastiniere vor mir... Prokastini... Was ist das? Adjektiv Prokastination? Prokrastinieren? Ist das nicht prokrastinistisch? Nee. Weil prokrastinistisch ist immer noch kein Verb. Ich geh ja um das Adjektiv auch. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendeinen Sinn gibt, aus Prokrastinieren ein Adjektiv zu machen, wenn es normalerweise ein Nomen ist. Du mich auch. Habt ihr das Spiel schon mal gezockt? Gestern. Seit Donnerstag ist er draußen. Beziehungsweise ist es schon was länger draußen im Early Access, aber seit Donnerstag Full Release. Gestern haben wir schon siebenhalb Stunden reingesteckt. Heute bis jetzt schon fast drei. Läuft. Also es ist vor allem selben Studio wie Demetrius. Es sind zwei wahrscheinlich deswegen, denkst du, dass wir Demetrius schon mal gespielt haben. Okay, ja doch. Das ist gut. Dann wird dir jetzt halt ein anderer Baba. Barbara. Baba-Baba-Baba-Baba. Ja, Mann. Ja, ist... Sie kann mit Tieren sprechen dadurch. Lager verlassen? Jo. Ich bin schon am Plündern hier in dem... Oh, okay. Ach so. Ach ja, dann. In der Bude. Ach, ihr portet euch direkt zu mir. Sagt nix. Nix. Aber du direkt neben mir standest. Ach, Karl hat sich zu mir geportet. Läuft jetzt zu dir. Loll. Läuft es dann auf einmal neben mir. Ich muss das Buch nochmal öffnen und lesen. Alles. Äh. Oh, ihr habt blutige Fußspuren gehabt. Hä? Fußspuren? Die Frage ist halt, sollen wir dann überhaupt invenieren oder sollen wir einfach die Händlerin jetzt erst umklatschen? Ja, gut. Ich glaube, wir müssen doch dann nicht von oben reingehen, oder? Ja, ich glaube, den Hauptraum direkt mit ihm aufzumachen, ist echt blöd. Weil die greift uns ja nicht an. Warte nicht, nicht ran. Die greift uns nicht an? Ja, bevor ihr irgendwelche Dialoge anfängt zu speichern. Dann packst du nochmal was zu machen hier. Jo. Darf ich erstmal runterkommen wieder? Nö. Komm mal runter. Aber die startet auch keinen Dialog. Die läuft hier einfach nur rum. Kann man mit dir nicht reden, oder was? Ja, man kann die auch klauen. Doch, aber die startet nicht von selber. Also Stangenbrot, Junge, das nennt man Baguette. Nein, das denkt man Stangenbrot. Stangenbrot. Möchtest du mein Stangenbrot inspizieren? Nee, danke. Also ich bin bereit. Ich wollte die Händler einen straight up angreifen. Jo. Okay, dann warte. Oh, okay. Oh, okay. Bikes. So. So. So.